Für mich ist die wichtigste Botschaft bezüglich des Moduls Medien und Informatik im Lehrplan 21, dass erstens Medien und Informatik ein reichhaltiges, bereicherndes und wichtiges Thema ist, dass jede und jeder lernen kann. Und das Zweite ist, dass wir Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Dozierende, alle Lernende sind und eigentlich voneinander auch lernen. Untertitelung des ZDF, 2020